Peter Klein. Jetzt soll es jeder sehen. Peter Klein widmet sich jetzt dem Schlager. Wie er in seiner Instagram-Story berichtet, habe er schon zwei eigene Songs aufgenommen und soll diese schon bald live vor Publikum performen. Peter Klein sorgte in den vergangenen Monaten vor allem durch eine Sache für Aufsehen, seine Affäre mit Yvonne Wölke und die damit verbundene Trennung von Daniela Katzenbergers Mama Iris Klein. Die Lage hat sich zwar inzwischen wieder beruhigt, doch Peter Klein möchte sich, trotz des Dramas die letzten Monate, nicht aus der Öffentlichkeit zurückziehen, ganz im Gegenteil. Der 56-Jährige möchte jetzt voll und ganz durchstarten, als Schlagersänger. Peter Klein wird seine Songs schon bald live performen. Wie Peter in seiner Instagram-Story erzählt, hat er bereits zwei eigene Songs aufgenommen und sogar erste Auftritte sind in Planung. Jetzt kann ich euch voller Stolz verkünden, dass ich meine beiden Lieder das erste Mal live on Starge performen werde. Neben Schlagergrößen wie Tim Toupé und Micky Krause werde der gelernte Maler am 26. August beim Sandstädter Sommerfestival auftreten. Ich freue mich auf euch und ich sage euch, wir machen eine Megaparty, sagt Peter weiter. Ich freue mich auf euch und ich sage euch, wir machen eine Megaparty.